Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem guten alten Bekannten und zwar Morphos der Stahlkäfer hat uns mal wieder mit einem Replay beglückt und dabei handelt es sich um den T29 mit der Karte Lakeville und ohne jetzt zu viel vorab spoilern zu wollen, aber das ist glaube ich die beste T29 Runde von den XP, die ich jemals kommentiert habe. Also da können wir uns auf was gespannt machen und der Schaden, der wäre selbst für einen 10er Panzer immer noch eine Sensation. Also das dürfte jetzt wirklich schnieke werden. Schauen wir mal was er hier macht, aber der Anfang ist eher typisch und zwar man fährt mit einem Heavy eher Richtung Stadt. Man kann natürlich auch mit dem T29 1-2-Linie klar machen, weil er eine vernünftige Gun Depression hat, aber wie gesagt die Stadt ist dann doch eher das Hauptziel und hier in der Mitte könnte man auch mal immer noch einen kurzen Blick wagen und warten, aber aktuell bis auf den KV1 war da nichts offen und dementsprechend fährt er jetzt weiter. Draußen ist nichts in der Stadt, da wird sich wohl das gesamte Team von ihm fast einfinden. Ein TD, der hier außen steht mit der SU 122-44, dann 4 auf der 1er-2-Linie und der Rest orientiert sich ganz stark Richtung Stadt. Also da wird es gleich zumindest von seiner Seite aus schön rund gehen. Da kommt auch schon der erste Tiger geht da auf seitens der Gegner. Noch kommt auf nichts, aber da kommt der IS und der ist gebounced, aber er wiederum hat gut getroffen und damit die ersten 300 Schaden der Runde gemacht. Na, der KV1-S, der ist leider nichts und hier ist jetzt ganz schön eng, da wird viel gekuschelt. Der Tiger drückt den IS da raus, nicht die schöne feine Englische. Das merkt der IS jetzt auch, jetzt kommt die SU. Also das ist natürlich Quatsch, was der Tiger da macht. So, jetzt könnte er weiterfahren, jetzt hat er ja keinen mehr vor sich. Das ist natürlich, wenn es so eng ist, immer der Nachteil. Und jetzt Auto-Aim hier auf den Panther. Der wird jetzt gut überrannt. Der T-43 geht da jetzt drauf. Und jeder will jetzt da ein Stück von dem Panther-Kuchen. Und jetzt ist auch der schon aufgeteilt. Na, da wollte er zwar durchschießen, die D war gut, aber hat er nicht geklappt. So, jetzt wird hier konzentriert auf den Tiger gegangen. Und jetzt hat hier der Tiger, der vorher schon Unsinn gemacht hat, der ist jetzt auch mittlerweile blau. Also wundern tut es mich gefühlt irgendwie nicht. Jetzt hat er den Hit auf den IS wieder rausbekommen. Tiger will hier rumdrücken, will ihm da noch einen Schaden drücken. 3 zu 6 ist das Ergebnis gerade. Der Tiger von ihm kommt hier rum. Der wird jetzt auch aufs Korn genommen. Er geht jetzt hier nicht auf den Tiger, sondern er geht auf den IS, beziehungsweise auf den T-34-85 da im Hintergrund. Und jetzt nimmt er den IS raus. 5 zu 6. T-34-85 jetzt das nächste Ziel. Tiger kommt durch. Auto-Aim ist drin. Und jetzt hat er auch den zerstört. Das war hier mal aber ein richtiges Schlachtfeld-Door. Die ersten zwei Kills konnte er sich damit auch klar machen. Und KV-1-S. Man sieht übrigens ganz gut, dass er mit Advanced Auto-Aim spielt. Das heißt, er muss praktisch nur mit der rechten Maustaste drücken, wenn er über dem Gegner ist. Aber wenn er hinter einem Vorhang ist oder Vorhang, hinter einem Vorbau, meinte ich, oder mit einem Hindernis, kommt er trotzdem drauf. Die Mod ist, ich sag mal, verschrien unter einigen. Ich persönlich fände sie sehr gut und würde mich freuen, wenn das ins Spiel kommt. Und Wargaming überlegt sich sogar stark, das wirklich so umzusetzen. Fände ich selber sehr, sehr gut. Da ich aktuell ja Vanilla spiele und einfach das Auto-Aim so von Anfang an für sinnvoll gehalten hätte. Also nur als kleine Randnotiz. Ich persönlich habe auch nichts gegen Nutzer, die diese Mod nutzen. Ganz im Gegenteil. Ich hatte sie eine Zeit lang selber. Und wie gesagt, ich wäre großer Verfechter davon, dass das so ins Spiel kommt. T43, leider No-Hit. Der KV1 und er fährt jetzt hier als einziger zurück zur Basis. 9 zu 12, der Stand der Dinge. Da muss er natürlich hinter und verteidigen. Das ist wohl der Hintergrund des Ganzen. So, da steht auch schon er erst im Cap. Das kann jetzt natürlich der T29 oder der Tiger P sein. Das sind zumindest die wahrscheinlichsten Kandidaten dafür. Da ist er schon offen, T29. Da kein Durchschlag. Tiger P jetzt auch noch da. Jetzt muss er aufpassen, dass er im Klinik noch der KV von hinten anrauscht. So, der T29 guckt er jetzt vor. Und jetzt kriegt er da den Treffer drauf. So, und der Tiger P. Also jetzt muss er sich hier gegen zwei Gegner erwehren. Weil sein Team selber, das zieht er nicht wirklich nach. Der Chaffee vielleicht so ein bisschen. Aber der Tiger in der Stadt, der kann gar nichts. War jetzt kein guter Hit. Weil er praktisch... Jetzt muss er aufpassen, weil von hinten die T43 der ganze Zeit reinschießt. War jetzt kein guter Hit, weil den Tiger P sollte man ja auf den Turm schießen. Der ist weicher als die Wanne. Nur als kleine Randnotiz. Jetzt bekommt er von hinten die ganze Zeit vom T43 und KV1. Also das ist eine Scheißsituation, in der er jetzt sich manövriert hat. Und jetzt sollte er meines Erachtens Richtung Tiger P fahren. Und genau das macht er auch. Dem gibt er hier eine. Und jetzt schießt er auch mit Premium-Munition. Bei dem Stand kann ich das absolut nachvollziehen. Sondern jetzt ist jeder Damage wichtig. So, und jetzt hat er den Tiger P schön gestellt, gekettet. Und er kann ja den seitlich, den Schaden drücken. Der Chaffee hat auch ein bisschen noch Schaden gemacht. Tiger 1 ist mittlerweile zerstört. Aber sind wir mal ehrlich, wirklich viel gerissen hat der eh nicht. Gefühlt eher seine Hitpoints abgegeben. Das war es aber auch schon. So, da ist jetzt der T43. Jetzt will er auch mal Schaden endlich auf den drauf machen, nachdem er... Wow! Ja, der ist wichtig gewesen. Schönes Munitionslager. So soll das. Und jetzt schaut das ganz anders aus. Jetzt sind es drei Gegner der Stufe 5. Gegen ihn, ich wollte gerade sagen, und den Chaffee. Aber gegen ihn alleine. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Gegen zwei. Jetzt ist es ja schon plötzlich direkt fairer. Siegenkiss hat er, also den Krieger hat er definitiv sicher. Redlay Waters kann er noch klar machen. Pool schafft er leider nicht mehr wirklich. Aber trotzdem, bisher läuft das doch richtig rund. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wo sind die? Der KV1 und der AMX, das ist schon lange her, seitdem die das letzte Mal gesichtet worden sind. Also die können sich natürlich deutlich anders positioniert haben. Er bleibt jetzt hier erstmal bei der Basis. Das halte ich auch für sinnvoll, da jetzt den Gegner kommen zu lassen und nicht selber versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Jetzt hat er hier den AMX auf jeden Fall mal gefunden und ihm direkt die erste schöne Kelle gegeben. Der AMX will sich hier zurückziehen. Wenn der KV1 jetzt etwas clever gewesen oder etwas clever ist, dann hat er jetzt durch dieses Spotten die Möglichkeit hier zu schießen, wenn er sich immer noch auf der Viererlinie aufhält. Aber scheinbar nicht. So, jetzt haut der AMX ab. Wow, was ein toller Hit. Der war schön, der war vielleicht sogar ein bisschen glücklich. So, und nun ist der Tiger auch wieder in der Lage zu pingeln, wo der zuletzt war. Also, ich denke, das wir da gerade noch selber gesehen haben. Aber, naja, ist ja trotzdem ganz nett. Da ist der KV1 und der ist auch noch im Bereich eines One-Shots. Leider der erste Austerfahrt daneben, aber er fährt jetzt hier direkt näher ran, um den Treffer und auch den Sieg klar zu machen. Da soll es jetzt schon mit dem Teufel zu gehen, wenn er hier die Wunde nicht mehr gewinnt. Ah, und er macht es hier gefühlt noch mal spannender, als es sein muss. So, jetzt hat er ihn gekettet. Jetzt kann er jetzt ein-aimern und... Oh, jetzt hat er auch noch abgeprallt. Jetzt hält er ihn hier gekettet, der KV1. Nicht doof. So, aber jetzt kommt er nah genug ran. Und mit dem Nächsten macht er ihn jetzt ganz easy weg. Er macht es noch mal mit etwas... Ja, ich weiß, er will ihn vielleicht demütigen. Keine Ahnung, warum er hier sich so lange Zeit lässt. Aber man sieht, er sollte jetzt mal den Schuss setzen. Ich habe keine Ahnung, auf was erwartet, um echt zu sein. Vielleicht will er möglichst viele Block-Schaden oder damit... Ah, das wäre natürlich möglich, die Experience der Runde noch mal erhöhen. Gar nicht schlecht, gar nicht doof. Sieht man auch, das ist auch eine gewisse Cleverness, die der Spieler da hat. Die Frage ist, man kann sagen, wie lange das durchzieht. Gar keine doofe Idee, muss ich ehrlichweise gestehen, bin ich noch nie drauf gekommen. Aber damit kann man die XP natürlich steigern und dementsprechend auch sein Panzers sich eventuell mal leichter verdienen. Gut eine Idee, schöner Hinweis und ich hoffe, es hat euch gefallen. 6.000 Schaden, Radley, Walters, also 3.700 abgewehrt und das in einem 7er-Panzer. Ich glaube, da war alles drin. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, lasst einen Daumen da und natürlich Abo ist auch gern genommen. Euer Alcaramba. Abonnen auf den D-Denis und den D-Denis und den D-Denis. Bis zum nächsten Mal.